Gute Nachrichten, ein hübsches kleines Mädchen Ed Sheeran ist wieder Vater, der 3 1-jährige Popstar hat verraten, dass sie zum zweiten Mal Vater geworden ist. Viele Menschen gratulierten Seran auf Instagram, Mainz Seins, Ed Sheeran und Charisseur Porn sind wieder alternierer Töchter, Popstar Ed Sheeran ist wieder Vater geworden. Ich möchte euch alle wissen lassen, dass wir Köpfige Familie im siebten Himmler Sänger und seine Frau Charisseur Porn sind seit Januar 2019 verheiratet. Ihr steht auch der Luran-Taktikag 2020 geboren, viele Menschen gingen zu und stark haben, um Serans zweitem Kind zu gratulieren, lasst die Leute Puschen, wenn sie PO Prepus abonnieren, verpassen sie 2 0 Minuten, tippen sie unten rechts auf Cockpit an. Push Benachrichtigungen unter Themis klickst du auf PO Pression läuft es Mai 2 0 Minutes, als Mitglied werden sie Teil der 2 0 Minutes Community und genießen jeden Tag dort Vorteile und exklusive Gewinnspiele.